Du kommst zu diesen Themen, wo keiner einen genauen Mindsteinplan hat, wie in 2030 eine Smart City Hamburg aussehen kann und soll. Keiner weiß, wie technologische Sprünge werden, aber ich brauche natürlich eine Schrittfolge. Ich brauche Player und auch eine Organisation, die zusammenspielt in der Stadt, um ständig offen zu sein. Es soll ja etwas besser werden, das muss man auch sagen. Habt ihr eine Idee dazu, wie man das moderieren und machen kann? Dialog muss man suchen und es gibt natürlich vielleicht mehr Startups, die die Zeit aufbringen, sich auseinanderzusetzen, in Dialog zu treten, aber ich glaube gerade dieses Thema Mobilität ist ja schon etwas, was hier auch alle motiviert und auch das Gefühl mit ITS, das ist natürlich toll, weil es einen gewissen Schwung gibt und es gibt dann auch einen Grund, sich öfter zu treffen. Wenn das jetzt 12.000, 15.000 Fachbesucher sind, die sollen sich ja nicht untereinander treffen, sondern eines sollen sie nach Hamburg kommen und sagen, ich sehe was, was hier gefühlt mindestens eine halbe Million Leute schon machen und täglich sagen, hey, wir sind übrigens die tolle Stadt, wir sind hier ganz modern und hier passiert was, wir sind innovativ.